Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Tengshu Stealth Assassins. Und genau, da machen wir auch hier direkt weiter, nach meinem kurzen Info-Video, was ich eben hochgeladen habe. Ähm, ja, wir waren ja im letzten Level wieder bei der Story angekommen, dass wir einen Ninja retten sollen, der in einem Folterkeller gefangen gehalten wird. Und mir wurde ein Tipp gegeben, dass ich doch mal diesen Gift-Reiß ausprobieren sollte, weil ich spiele angeblich ein wenig zu stürmisch. Ja, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen sehr ungeduldig, das tut mir auch leid, aber, naja, ich versuche mich zu bessern. So, machen wir jetzt erstmal hier beim Level weiter. Ja, äh, rette den Gefangenen-Ninja und genau, wir sollen auf Fallen aufpassen und ja, genau. So, also ich soll sehr aufmerksam sein, okay. Dann würde ich sagen, mach ich, probiere ich das doch direkt mal. Ich habe nämlich den Gift-Reiß hier noch nie ausprobiert. Das ist eine Schande, ich weiß. Aber, ja, es ist irgendwie, es schien mir nicht sinnvoll. Ah, shit, da ist doch direkt wieder einer, ey. Dann probiere ich das jetzt mal aus. Okay, nimmt der das jetzt, oder was macht der da? Was macht... Ah, ah, okay, ah, shit, ich war zu spät, ja, ich hab... So, der hat jetzt da Krämpfe, oder was? Hat der da jetzt noch weiter Krämpfe? Ja, okay. Okay, dann, dann kill ihn! Oh, das ist gut! Das ist gut mit dem Gift-Reiß hier. Oh, danke für den Tipp. Der Jonas war das, oder Jones, der hat mir den Tipp gegeben. Sei gegrüßt, vielen Dank für den Tipp. Der ist sehr, sehr wertvoll, auf jeden Fall. So. Dann, da oben, da oben, da kann man sich hin... Stopp. Oh, geiler Tipp, auf jeden Fall. Äh, das werde ich mir auf jeden Fall merken. So. Ah, Health Potion und... Der pennt. So, wie kill ich den denn jetzt am besten, damit der... Ja, sehr gut, okay. Da ist ein Health Potion. Oh, Junge, Junge. So, nimm sie dir. Zack, geil, okay. Kann man auch direkt wieder rausspringen. Also, langsamer Spiel. Ja, ich weiß. Ich bin nur nach der Arbeit immer so gestresst. Da ist ein Hund. Genau deswegen habe ich Shurikens mitgenommen. So. Nein, es hat nicht getroffen. Der auch nicht. Oh Gott. Okay. Shit. Ich kann mit diesen Shurikens hier irgendwie nicht zielen. Ich weiß nicht, warum. Ah, der sieht mich aber nicht. Das ist gut. Ich kann nicht zielen mit diesen Dingern. Ich weiß nicht, warum. Weil die wahrscheinlich nur in den Bogen fliegen, hä? Na, ist egal. Ich warte jetzt, bis der sich beruhigt und umdreht. Und schmeiße dem jetzt das Ding wieder ins Gesicht, wenn der wiederkommt. Ah, ich muss also ein bisschen höher und so. Schon wieder nicht. Es hat schon wieder nicht geklappt. Ey, warum klappt das denn nicht? Da ist noch ein Gegner. Okay. Ich habe ihn gehört. Ah, vielleicht kille ich den so, den Wolf, hä? Muss ich mal gucken. Ich lasse mich jetzt ernsthaft von so einem Tier in die Ecke drängen, okay? Ah, ich muss ja aufpassen halt, ne? Ah, ich traue mich nicht. Ich traue mich. Ja, alles klar. Ich glaube, dann kann ich mir jetzt erstmal... Ah! Okay. Kann ich mir jetzt hier die Shurikens nehmen eigentlich? Ich probiere es. Oh, shit. Boah, ich habe Angst. Scheiße. Oh, Gott. Nee, ich lasse die mal da liegen. Ich, äh... Nee. Ich schleife mich jetzt mal hier an. Ich lasse dich für den Moment erstmal da liegen. Shit! Um Gottes Willen. Hau ab, du scheiß Wolf. Ah, ist... Der hat... Der ist direkt hier mit seiner Fresse. Hat er uns gesehen, okay? Da ist er. So, mein Freund. Du bist gleich tot, Junge. Und da dieser Wolf, ne? Der regt mich auch auf. Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Ähm... Der Gegner dreht sich ja nicht rum. Ah, doch jetzt. Aber jetzt kommt wahrscheinlich der Wolf. So, den haben wir erstmal. Jetzt kommt der Wolf, genau. Jetzt kommt der Wolf. Ah, was denn? Was macht der denn? Wer hat mich da entdeckt? Wer hat mich da entdeckt? Scheiße! Was? Ah, der Bogenschütze. Da ist ein Bogenschütze. Und da hinten der Wolf. Ah, scheiße. Ja, jetzt ist... Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Shit. Dann kill den halt. Scheiße. Ja, wie sollte ich das machen, ey? So. Wo ist der Wolf? Der Wolf ist tot. Ernsthaft? Wieso ist der Wolf tot? Hehe. Okay. Ah, der wurde wahrscheinlich von seinem eigenen Bogenschützen abgeschossen. Ja, das... Das nehme ich doch gerne an. Ah, direkt mal so eine knifflige Stelle hier. So. Dann schaue ich mal weiter. Da! Vielleicht treffe ich den ja von weiter weg, hä? Ne, auch nicht. So vielleicht? Ja! Den habe ich getroffen. Okay. Sehr schön. Aufpassen. Hier sind nämlich bestimmt wieder Gegner irgendwo. Irgendwer hat irgendwas gesehen. Oh, shit. Oh, das ist gerade sehr spannend, ey. So. Ah, nichts... Nichts passiert. Okay. Sehr gut, ey. Okay. Ja, ich probiere jetzt... Ich probiere echt dieses Spiel ein bisschen... ...professioneller zu spielen. So, da. Ist der Giftreis? Und dann geht der da hin, oder? Ne, er hat den Wolf entdeckt, oder was? Alter. Nein, 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 nein. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Der Giftreis, der liegt jetzt da, aber... Moment mal. Da! Ich sehe seine Waffe, aber... Da! Da ist er. So. Okay. Gut. Ja. Okay. So, der nimmt jetzt wahrscheinlich den Reis, oder? Ne, der nimmt nicht den Reis. Warum nimmst du nicht den Reis? Ja. Und? Doch! Er ist abgelenkt. Oh, geil. Okay. Da ist... Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße! Boah! Da sind zwei. Ich kann wieder nicht zurück. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Uff. Boah! Zwei Stück. Alter Schwede, ey. Ey. Boah! 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 Puh! Okay. Das sind zwei Gegner. Das sind zwei Gegner. Boah! Wie soll ich das machen? Ja, der eine hat den Giftreis gegessen. Aber das ist scheiße jetzt, ja. Bei der Bogenschütze und... Ja. Der hat da seine Krämpfe, aber der Bogenschütze guckt in die Richtung, alles klar. Ich trau mich. Und? Und direkt den Bogenschützen, komm. Oh, geil! Okay. Oh, der war gut. Das war gut. Ich hab jetzt zwar keinen Reis mehr, aber ich hab die alle gekillt, ohne entdeckt zu werden. Ah, da. Da ist der Nächste. Was zur Hölle? Ja. Ah. Okay. Die erste Hürde hätte ich erstmal. Der sieht bestimmt jetzt irgendeinen. Oder? Was machst du, mein Freund? Kann ich den angreifen? Ne, kann ich nicht. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Yes! Oh, Gott sei Dank. Ja, wenn man echt ein bisschen wartet, ne? Wenn man nur ein bisschen wartet. Ist da oben was? Ne, hä? Wo ist denn der? Ah, der ist hier wahrscheinlich, ne? Irgendwo hier drin. Genau. So, wahrscheinlich hier oben. Gehen wir hoch, Ayame. Ah, da ist er. Geh zurück. Geh zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh, warum? Scheiße. Der hab ich entdeckt. Ey, fuck. Egal. Nix passiert. Äh, ja. Nix passiert bei dem. Der ist einfach, der ist einfach, ja, keine Ahnung, der ist ein bisschen zu schnell hochgegangen für mich. Und, ja. Aber er geht wieder zurück. Okay. Ah, ich hab jetzt so Schiss, da hinzulaufen. Weil die sich nämlich von Zeit zu Zeit echt rumdrehen. Ich glaub, ich bin zu spät, oder? Ah, Gott sei Dank, jetzt hat noch geklappt. Puh. Okay. Ah. Da draußen. Aber den Wolf, den kann ich so killen. Frage ist, jetzt treffe ich den. Was ist das denn gewesen? Was war das denn für ein Wurf, Ayame? Jetzt mal ehrlich, was war das für ein Wurf? Eigentlich hättest du den voll treffen müssen. Der Wolf, okay, ja. Ich probier's nochmal. So, jetzt. Ah, Mann. Jetzt. Yes. Sehr schön. Hol dir deinen Schuriken wieder. Geh zurück. Ah, das ist doch mal gut bis jetzt, ey. Der Typ hat mich zwar eben entdeckt da, aber... Ich glaub, das ist nicht schlimm, hä? Ah, ich glaub, so langsam krieg ich das raus, wie man das hier spielen muss. Man muss viel vorsichtiger sein als beim zweiten Teil. Viel vorsichtiger. So. Jetzt geht's ja hier weiter, oder? Na, hier sind keine, hier sind keine mehr, okay. Dann geht's ja hier drinnen weiter. Das wird ja auch nochmal interessant. Und, jo, genau. So. Dann. Ah, stopp. Da vorne. So. Steht der da nur rum? Oder was macht? Ne, der dreht sich auch, aber... Ja, jetzt ist es zu spät. Shit. Ah, jetzt. Jetzt, 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 komm! Okay. Sehr schön. Ah, hier waren doch diese Fallen, ne? Diese Falltüren. Ist irgendwo noch einer? So, wo ist denn der? Der ist hier hinter, nehme ich mal an, ne? Da! Da ist er. So. Okay. Ich positioniere mich schon mal richtig, um ihn jetzt zu töten. Jawoll! Okay, es klappt doch. Es, 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 die Hoffnung bei mir ist doch noch nicht verloren, dass es doch was Gutes wird hier. Ja. Was haben wir hier? Fallen. Ja, ja, das sind die Fallen. Alles klar. Muss ich da hin? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich gehe noch mal kurz zurück. Und, ja, weil hier in die Richtung ist noch jemand. Aber Frage ist, wo, ne? Ist, ah, der ist hier hinter. Okay, ich verstehe. Was war hier noch? Boah, ich hab so Schiss, ey. So, da. Irgendwo da ist der. Ah, hier drin. Alles klar, hier drin. Okay, da ist er. Ich sehe ihn. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ah. Ich sowieso. Zack. Okay. Oh, gut, ey. Da ist der Nächste. Scheiße! Er hat mich entdeckt. Fuck. Scheiße, Mann. Ah, ist das ärgerlich wieder. Ah, nein, das ist noch ärgerlicher. Shit. Das war dumm. Ich weiß, aber... Es wird besser. So. Ja, ich sehe halt nichts hier. Das ist ja... So, jetzt, da. Wo bist du? Ah, dreh dich rum. Sehr schön. So, jetzt bist du weg. So. Alles klar, das war's. So, da hoch... Muss ich hier an, ne? Aber wenn ich jetzt... Moment mal, ich muss mich mal gerade kratzen. So. Ich muss, wenn ich jetzt hier lang gehe... So. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt hier... Da ist noch einer drin, denke ich mal. Der Pet. Sehr schön. Okay. Dann. Gut. Okay. Alles klar. Hier ist ein Abgrund, ne? Ja. Hier ist ein Abgrund. Alter. Da oben ist auch noch was. Moment mal. Da oben ist noch was. Aber trau ich mich da jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Trau ich mich da hin? Ich tue's. Komm. Und mach jetzt bitte keine Scheiße. Oh Gott sei Dank. Es hat sich gelohnt. Da ist ein Heiltrank. Ah, da ist noch eine Fallluke da. Oh Gott. Alter, ich hab so ein... So eine Angst hier, ey. Nimm den bitte. Nimm den. Oh Gott sei Dank. Und... Oh, wenn man den Sprung hier verkackt, dann ist's blöd. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, so. Da sind noch mehr Luken. Oh Mann. Da sind noch mehr Abgründe. Aber kann ich nicht... Nee, kann ich nicht. Schade. Okay. Nein! Nein! Spring doch nicht da rein! Oh Gott! Wie blöd ist die? Ja. Scheiße ist. Oh. Fuck. Da springt die einfach ein. Ich hab doch den Sprung gemacht. Äh. Ein bisschen fehlt. Ja. Nia Yame kehrt zu den Schatten zurück, von wo sie gekommen ist. Äh. Ja. Um vergessen zu werden als ein Fehler. Ja. Scheiße. Äh. Da ist die da einfach so reingesprungen. Fuck. Ja gut. Äh. Freunde, das macht euch nicht viel. Ich spiel das Level nochmal nach mit genau den gleichen Items. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder. Und jo. Dann bis gleich, ne? Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Äh. Ja. Ich bin jetzt hier wieder an dieser Stelle angekommen. Und ja. Genau. Ich hab die gleichen Items mitgenommen wie eben. Ich hab keine Reißböllchen jetzt benutzt. Und ja. Genau. Ich bin jetzt hier wieder halt hier wieder angekommen. Tut mir leid für den kurzen Schnitt. Aber das ist halt scheiße, wenn man jetzt runterfällt hier, ne? Und ich hab ja gesagt, ich spiel nicht mehr mit Safe Stats. So. Hier rechts geht's. Ah. Hier ist schon wieder so ein scheiß Abgrund. Und die springt wieder nicht. Boah. Aber das war zum Glück kein Abgrund. Das ist hier eine Zelle. Okay. Aber hier ist keiner, oder was? Äh. Oder war ich hier schon? Moment. Ich muss mal gerade mein Headset richten. So. Oh. Ist das heftig. Wow. Was ist das denn hier? Schon wieder so ein scheiß Abgrund, ey. Der größte Feind eines Ninjas. Ja. Und ich wurde natürlich auch schon wieder entdeckt eben. Ist klar. Äh. Ja. Deswegen habe ich auch das Leben verloren, ne? Und. Joach. Genau. So. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal in Richtung. Ah. Stopp. Stopp. Nein. Ich habe mich. So. Okay. Oh. Ich habe so Schiss hier, ey. Das gibt es hier wohl nicht. Der kommt doch tatsächlich hier hin. Ja. Dann gehe runter halt. So. Wenn er umdreht. Wenn er sich umdreht. Ist der fertig. So. Er kommt. Die Wache. Jo. Der sieht mich aber nicht, ne? Wenn ich hier hänge. Ne. Alles klar. Sehr schön. Wunderbar. So. Wäh. Okay. So. Ich muss erst mal hier rüber. Boah. Das ist noch lange nicht zu Ende. Okay. Ah. Der pennt. Alles klar. Gut, dass die alle pennen. So. War ich hier nicht eben schon? Ich war hier doch. Ja. Ich war hier schon, ne? Genau. Dann lauf bitte. Dann lauf wieder raus. Und lauf mal hier rein. Ah. Das geht nicht. Okay. Ja. Ich erinnere mich. Aber hier gibt es auch einen Endboss. Das weiß ich. Hier komme ich auch nicht rein. Okay. Aber wo geht es denn jetzt hier weiter? Oh Mann. Ich muss wieder zurück über diesen scheiß steinigen Weg hier. Äh. Ah. Hier komme ich. Könnte ich rein. Aber traue ich mich das? Das ist jetzt die Frage. Traue ich mich das? Ja. Ich traue mich das. Und habe es geschafft. So. Hier muss ich sowieso hin. Okay. Oh. Das ist nichts. Okay. 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 So. Da geht es hoch. Da geht es auch rein. Aber da ist nichts. Okay. So. Der Typ. Ich bin mal mutig. Nein. Fuck. Falsch. Ich dachte der wäre da hinten hinter. Oh Mann. Oh. Oh ey. Oh. Scheiße. Oh. Was war das denn? Ich habe mich so erschrocken. Weil ich dachte der wäre im nächsten da. Beruhig dich mal Junge. Oh. Der ist da. Der ist hier hinter. Und zack. Genau. So. Da ist eine Heiltrank. Sehr schön. So. Bäh. Ja ist okay. Da hinten ist noch irgendwo jemand. Ah. Hier ist eine Sackkasse. Okay. Ah. Hier rechts und hier links ist wahrscheinlich auch noch einer. So. Frage ist. Wo? Da. Der pennt. Alles klar. Sehr schön. Und dann zack. Genau. Okay. So. Dann würde ich sagen. Ah. Jetzt kommt der Boss gleich. So. Ah. Scheiße. Mach auf. Und geh zurück. Geh zurück. Shit. Shit. Scheiße. Oh Gott sei Dank. Nein. Er kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gib mir doch ein Versteck. Ah. Lauf. Ah. Penner. Ey. Shit. Oh. Wie soll ich das machen? So. Geh hier rein einfach. Nee. Keine. Ah doch. Ich hab ihn hier reingeloggt. Sehr schön. Der bleibt doch jetzt da drin, oder? Ja. Nein. Er kommt. Oh fuck. Ja dann kill ich den jetzt halt so. Ist mir egal. Oder? Es sei denn, er lässt sich nochmal austricksen. Ne. Die lassen sich nicht austricksen. Es ist nicht Tenchu 2. Ich kann's vergessen. Es ist nicht Tenchu 2. Die sind hier nicht so dumm. Das ist aber auch richtig so, ja? So. Dann kill ich den einen jetzt halt so. So. Das war auch der letzte. Oh Mann. Shit. Der hat mir wahrscheinlich jetzt die Statistik ruiniert. Der Penner. Nein. Ist egal. Ich hab ja einige Heiltränke. Ich nehm mal einen. Und Bossfight. So. Ah. Da ist. Ah. Okay. Das ist der Boss. Ja. Ich glaub der. Ja. Hm. Oh. The mice come out to play. Heh. That man could get to play too. Ja. Alles klar. Jut. Dann. Oh. Alter. So. Der scheiß Bär hier. Oh. Alter. Alter. Ha. Ist das krass. Oh. Shit. Man. Da ist der Ninja. Ja. Ist das. Das ist jetzt Rikimaru oder was? Das ist jetzt Rikimaru. Wie krass. Okay. So. Da ist der. Und Granate. Komm. Ja. Yes. Wo ist dieser scheiß Bär? Wo ist dieser scheiß Bär? Der ist dahinter? Okay. Beide getroffen. Ja. Ich spiel jetzt mit, äh. Mit Items. So. Oh. Ich spiel jetzt nämlich mit Items dann. Sonst nutze ich die doch eh nicht. So. Okay. Der kann jetzt ruhig wieder sein Ding schwingen. Ist okay. So. Okay. Den Rest mache ich jetzt mit Schwertkampf. Das ist Rikimaru da drin. Alter. Alter. Äh. Ich liebe ja Rikimaru als Charakter, ne? So. Er hat's geschafft. So. Nice. Sehr schön. Ah. Ich bin Monikami. Ich werde eventuell kommen. Oh, Gouda in your head. Until then. Bekommen wir mal an. Pohnen für mich. Hahaha. Du solltest nicht das tun. Und dich sterben lassen? Du kannst Lord Gouda bedenken. Ich bin in seiner Schuld. Ah, das ist Rikimaru. Wir haben Rikimaru gerettet. Oh, wie. Ja, Story-Twist, ne? Yes! Yes, Großmeister geschafft. Und ich wurde diesmal nur sechsmal, nur sechsmal entdeckt. Okay. Ah, wir haben den Booster bekommen. Sehr schön. Ja, oh, sorry. Ja, wie gesagt, den Kill da. Diese ganzen Detected Kills. Also, wo wir gesehen wurden, da konnte ich nicht viel machen, leider. Aber ja, wir haben den Großmeister geschafft. Das ist doch die Hauptsache. Sehr schön. Ja, speichert das bitte. So, dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit der nächsten Cutscene. Ja. Ja. Die Wurzeln der Bloody Civil War haben sich in eine Fragile truce. Es ist ein Zeitpunkt der Krieg, aber der Fall von Attacken ist constant. Die Todes und Destruction ist der Preis für Komplacenheit. Ever Vigilant, Lord Goda sendt Sie zu spüren auf ein Suspicious Möbel in ein Potentially Hostile-Neubring-Territory. Lord Goda's worst fears sind, dass das Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring-Neubring. Lord Goda muss sich informiert werden. Sie rutschen zurück in dieses Territory unter der Koffer der Schmerzen. Näher der Grenze kommen Sie einen Fehmenscheckpoint. Es gibt keinen Weg rund um ihn. Sie müssen durch den Checkpoint und Ihren Report verliehen. Sie müssen also die japanische Grenze durchqueren. Das würde ich sagen, machen wir aber erst das nächste Mal. Ich werde das jetzt erstmal schneiden und alles. Und dann hochladen. Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und derjenige, der ihm gefallen hat, was er hier gesehen hat, der möge doch ein Like oder Kommi dalassen oder ein Abo. Und wem es sehr gefallen hat, der kann es ruhig weitererzählen. Würde mich sehr freuen. Und ja, genau. Dann würde ich euch sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.